Schön, dass du dabei bist. Wir machen jetzt die drei Übungen, die jeder über 50 machen sollte. Ich bin deutlich über 50, ich mache die auch selbst jeden Morgen. Wir nennen die die großen drei. Wir fangen an, such dir bitte einen Platz an der Wand, stell dich locker davor, Füße schulterbreit und jetzt machen wir erstmal vorne die Linie frei. Wir wollen dem Sitzen entgegenwirken und dazu müssen wir unser Becken schön einstellen. Zieh mal den Bauchnabel ein und komm in den Leisten nach vorne. Dann merkst du hier schon, wie es ein bisschen spannend. Und diese Spannung, das ist die, die wir täglich uns rein trainieren beim Sitzen. Und die holen wir jetzt immer mehr raus. Geh mit dem Becken nach hinten mit dem Bauchnabel. Wenn du den Bauchnabel ansteuerst, das ist eine gute Maßnahme. Dann kriegst du das Feeling, was du genau machen musst. Und dann schiebst du dein Gesäß immer weiter Richtung Wand. Und dann merkst du hier, wo es zieht, das ist immer das gute Zeichen. Also schieb weiter nach vorne und dann fühlst du das immer mehr werden. Und jetzt kommt es darauf an, geh in eine Intensität, die du gerade noch gut ertragen kannst. Wenn du es zum ersten Mal machst, dann sei ein bisschen vorsichtig und taste dich ran. Du solltest das jeden Tag machen. Diese drei Übungen mache ich jeden Tag. Vielleicht mal einmal das Pause sonntags oder so, aber ansonsten täglich machen. Schön nach vorne schieben. Denk dran, den Bauchnabel zurück. Die Leisten vor. Arbeite dich da richtig rein. Atme dabei. Schön tief ein- und ausatmen. Dann merkst du, dass du beim Ausatmen immer noch ein bisschen mehr Dehnung hinbekommst. Und dann kannst du anfangen und kannst auch den Kopf mal hinzunehmen. Das muss jetzt nicht sein, aber das ist bei der Übung noch so ein I-Tüpfelchen, weil dann geht die Dehnung noch weiter hoch in den Bereich des Kopfes. Du nimmst dann das Kinn schön zurück. Versuchst zumindest mal mitzumachen. Wenn es zu anstrengend wird, dann lass den Kopf wieder draußen. Die Hauptsache spielt sich hier ab. Aber wenn du den Kopf hinter nimmst, dann zieh das Kinn zurück und überstreck ihn dann und lass ihn einfach hängen. Und dann merkst du, es dehnt auch hier bis über die Brust. Und es tut so gut. Ist zwar nicht unanstrengend, weil das diese ganzen Verspannungen vom Sitzen rausholt. Da muss immer gut aufgeräumt werden, aber umso wertvoller, schieb immer weiter vor. Ich lasse den Kopf jetzt mal oben, dass du mich besser verstehen kannst. Und du arbeitest dich immer weiter rein. Und dann fang mal an, wir geben jetzt ein bisschen Kraft auf die gedehnten Muskeln. Und das ist super wertvoll, weil dann merkt sich der Muskel besser, dass er in der Dehnung sich wohlzufühlen hat. Das ist so eine Art Auftrag, den du jetzt dem Muskel gibst. Und der Auftrag besteht darin, schieb mal mit dem Rumpf deine Hände gegen die Wand. Als wolltest du so etwas machen. Aber mach es nicht, ich wollte es nur zeigen für dich, dass du jetzt ein bisschen drückst. Schön, behutsam, immer ein bisschen mehr und dann lässt du locker. Und dann merkst du, oh, jetzt kann das Becken noch ein bisschen weiter vor. Und ich lasse nochmal den Kopf mit jetzt auch nach unten. Nochmal richtig schön nach hinten gehen. Noch ein paar Mal tief atmen. Und nochmal Druck aufbauen gegen die Wand aus dem Körper raus. Und wieder loslassen. Geht noch ein Stückchen weiter. Und dann kommst du langsam wieder hoch. Und das darf beim Hochkommen ruhig ein bisschen ziehen. Und ist ein Zeichen dafür, dass du den Körper richtig in die Extremsituation gebracht hast. Extrem positiv gemeint, ja. Dass du wirklich die Länge, die du ausnutzen konntest, dass du die ausgenutzt hast. Und jetzt spürst du förmlich, wie du mit dem Körper eigentlich in die Gegenbewegung möchtest. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt nach vorne. Geh mal ganz langsam nach vorne. Und je nachdem, wie gedehnt du bist, legst du die Hände auf die Oberschenkel. Streck deine Knie vollkommen durch. Und dann lass dich mal zunehmend runter. Schön runterlassen. Und dann merkst du, das zieht in den Kniekehlen. Das zieht hinten am Oberschenkel. Das zieht vielleicht auch im Becken hinten, im unteren Rücken. Und das ist jetzt die Ausgleichsbewegung in die andere Richtung. Und das ist super wohlfühlend für den Körper, weil er dann von vorne und von hinten schön freigemacht wird. Immer weiter nach unten gehen. Die Knie wollen immer ein bisschen beugen. Da musst du darauf achten. Immer wieder schauen, sind die Knie wirklich noch gestreckt. Geh immer weiter runter. Und du kannst dich auch ein bisschen ziehen. Ja, zieh dich auch ein bisschen, dass du anderen Beiden entlang, auch wenn du viel höher bist, oder vielleicht sogar niedriger als ich, egal wo, jeder zieht in seiner Position sich ein bisschen weiter runter. Ziel ist halt, dass du mit den Fingerspitzen auf den Boden kommst. Aber selbst wenn du nur noch einen halben Meter weg bist, mach einfach diese Routine jeden Tag. Dann wirst du merken, schon nach ein, zwei Wochen gibt es die gravierenden Unterschiede. Und du wirst dich anders fühlen. Die Chancen dazu sind immens hoch. Zieh dich immer ein bisschen weiter. Immer ein bisschen weiter ziehen. Und dann wieder darauf achten. Knie schön gestreckt. Und greif mal nach hinten. Und versuch nach oben gehen. Jetzt spannen wir wieder diesen Muskel, der gedehnt ist, oder die Muskeln, diese ganze Kette da hinten, die spannen wir an und geben ein bisschen Krafttraining drauf. Entspannen wieder und gehen weiter runter. Und dann nochmal. Du ziehst, gehst weiter runter und dann kommst du hoch. Und jetzt fühlen wir erst mal kurz rein. Schreib gerne mal einen Kommentar, wie sich das anfühlt, wenn du hochkommst. Ein Daumen wäre auch gut, dass ich einfach weiß, dass es dir gefällt. Mal ganz kurz nach vorn und nach hinten gehen, um so ein bisschen wieder das alles aufzulösen. und jetzt kommt der dritte Teil der großen drei. Jetzt geht es um das Öffnen hier, weil wir die Arme immer hier vorne haben. Wir öffnen jetzt praktisch den Brustkorb und das machen wir am besten in der Ecke oder auch in einem Türrahmen. Wenn du keine Ecke hast, die frei ist, da stehen oft Sachen drin, dann geh auch vor einen Türrahmen. Vom Prinzip ist es das Gleiche. Du nimmst die Arme erst mal horizontal und dann ungefähr 30 Grad aufwärts. Und das ist ein Winkel, der ist erfahrungsgemäß, tut dir deine Schulter super gut und auch deinem oberen Rücken. Dieses Brennen zwischen den Schulterblättern, all diese Geschichten, die sind bei dieser Übung im Fokus. Du öffnest vorne und das ist die Übung, wo du eigentlich am meisten spürst, was eine Dehnung, ein Wohlgefühl auslösen kann. Geh jetzt mal mit gestreckten Ellbogen mit dem oberen Ende des Brustkorbs immer weiter rein in die Ecke und dann spürst du den Zug in den Schultern, in den Armen, in dem Ellbogen, in beiden, vielleicht bis in die Fingerspitzen sogar und bis in die Brust rein eventuell. Diese ganze Linie, die wir tagtäglich verkürzen dadurch, dass wir die Arme immer vor der Brust haben und nach unten nehmen. Wir haben sie vorne zusammen nach unten und jetzt machen wir sie nach hinten auseinander. Das ist genau die Gegenbewegung. Arbeite dich immer weiter rein. Wichtig ist zu beachten, dass du mit dem oberen Ende des Brustkorbs immer weiter reingehst. Ja, das obere Ende möchte immer weiter rein. Unmerklich, wenn du merkst, du musst mit den Händen an der Wand noch ein bisschen enger, dann stellst du die Finger auf, hebst die Handfläche ein bisschen weg, dadurch beugen sich die Ellenbogen ein bisschen und dann streckst du sie wieder und bist ein Stückchen weiter drin und merkst, wow, die Dehnung ist noch mal mehr. Bleib halt innerhalb dieser Grenze, wo es gerade sich noch gut erträglich anfühlt, gerade noch ein positiver Wohlfühlschmerz ist und dann drückst du mal mit den Händen gegen die Wand, jetzt kommt wieder die Kraft auf die gedehnten Muskeln. Du drückst mal mit beiden Händen, als wolltest du die Wände wegschieben nach vorne, lässt wieder die Kraft raus, lässt locker und dann merkst du, oh, das öffnet sich noch ein bisschen mehr, richte auch mal deinen Kopf schön aus, dass sie nicht so weit nach vorne runter genommen wird, sondern eher aufrecht ist. und jetzt komm mal raus, bleib genau in diesem Winkel und zieh mal die Arme nach hinten noch, zieh nach hinten und lass sie mal runter und jetzt fühl mal rein, jetzt fühl mal rein. Ich liebe dieses Gefühl, ich wette, du liebst es auch. Bitte erzähl das anderen Menschen, teile das Video, gib es an andere weiter oder erzähl ihnen von der Übung, mach sie mit ihnen zusammen, mach die zusammen, diese Routine und gönn denen mal das Gefühl, das zu fühlen. Und ich sage immer, wenn man wissen möchte, was das Dehnen an Wohlgefühl auslöst, die Übung als Beispiel nehmen und dann übertragen auf den ganzen restlichen Körper. Wenn du mal keine Ecke hast, auch keinen Türrahmen, dann kannst du den Schulterretter nehmen. Der Schulterretter du siehst, ist eine Schlaufe, wo ich reingreifen kann und genau so greifen kann, dass ich auch ohne Ecke diese Dehnung auslösen kann. Und der hat noch einen riesen Vorteil, weil immer an der engsten Stelle, da wird richtig gearbeitet. Du machst immer die Bewegung nach vorne und gehst nach hinten und an der engsten Stelle, bei mir ist die hier jetzt gerade, da wird gearbeitet, da kannst du drin verweilen, ein bisschen zur einen, ein bisschen zur anderen Seite und dann merkst du, das erzeugt ein ähnliches Gefühl, aber du hast sozusagen dein Trainingsgerät immer dabei und kannst es überall machen und hast auch den Vorteil, dass du jetzt von vorne nach hinten gehen kannst und den ganzen Gelenkweg, die ganzen Winkel praktisch abgehen kannst. Fühl mal rein, fühl dich wohl und bitte, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt, aktiviere auch die Glocke, dass du keins der Übungsvideos verpasst. Wohlgefühl im ganzen Körper mit dem Ziel, je älter wir werden, desto schmerzfreier, desto beweglicher. Ich freue mich auf das nächste Video.